Die Deutsche Einheit hatte einen ganz großen Vorteil, dass ich meine Frau kennenlernen durfte, die aus dem Osten kam und dementsprechend wir uns in Schwerin kennengelernt haben und lieben gelernt haben und dass dabei unsere Tochter auch entstanden ist, was natürlich wundervoll ist, sodass wir im Grunde genommen da einen ganz großen Vorteil persönlicher Natur aus der Deutschen Einheit haben. Ansonsten, es sind tolle Länder dazugekommen, tolle Menschen dazugekommen aus westlicher Sicht jetzt und dementsprechend bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist. Vielen Dank!